Karl May Die Liebe des Ulan Kapitel 42 Damit beruhigte sich zwar die Mutter, nicht aber die Tochter. Diese Letztere beschloss zwar zu schweigen, aber dann später zu handeln. Sie war ein mutiges Mädchen, sie hatte für sich jedenfalls nichts zu befürchten, und sie liebte den Bräutigam mehr als sich selbst. Darum wollte sie ihm bei seinem Fortgehen heimlich folgen, bis sie ihn in seiner Wohnung in Sicherheit wußte. Aus diesem Grunde befahl sie dem Mädchen, ihren Hut und Paletot hinunter nach der Loge des Portiers zu schaffen und diesem zu bedeuten, wach zu sein, da sie noch spät ausgehen werde. Erst als dies besorgt war, gab sie sich weniger ängstlich dem Glücke hin, welches sie in der Anwesenheit des Geliebten fand. Es war ganz so, wie der Baron und der Kapitän gedacht hatten. Die Liebenden hatten sich so vieles zu sagen und zu erzählen, daß seine lange Zeit verging, ehe sie sich zur Trennung entschließen konnten. Als Königsau aufbrach, war es bereits nach Mitternacht. Er nahm Abschied von der Mutter, die ihn von Minute zu Minute Leber gewonnen hatte, legte draußen im Vorzimmer seine Sachen an und war nicht wenig verwundert, als anstelle des Mädchens Margot selbst das Licht ergriff, um ihm hinabzuleuchten, da die Hauslampe um Mitternacht verlöscht zu werden pflegte. Unten am Ausgange umarmte und küßte er sie herzlich. »Darf ich morgen wiederkommen, mein Leben?«, fragte er. »Ja, Hugo«, antwortete sie, »ich werde dich mit Sehnsucht erwarten, darum bitte ich dich, rechtzeitig zu kommen, aber noch um eins habe ich dich zu bitten. Sage es. Sei heute Abend recht vorsichtig. Mir ist so außerordentlich bange um dich.« Er drückte sie innig an sich und flüsterte ganz glücklich über ihre Ängstlichkeit. »Das ist die Besorgnis der Liebe, meine Margot. Aus ihr ersehe ich, daß ich dir wirklich teuer bin und ich danke dir, daß du mir dies wissen lässt.« »Oh nein, diese Besorgnis hat außer der Liebe noch einen anderen Grund.« »Welchen?« »Mir ahnt, du stehst in Gefahr.« »Glaube dies nicht. Die Straßen sind ruhig. Gefahr könnte ich nur von einem persönlichen Feinde erwarten. Aber ich kenne keinen, dem ich eine solche Gewalttätigkeit zutrauen möchte. Übrigens stehen wir ja nicht in der Zeit des Mittelalters und befinden uns nicht in Italien, dem Lande der gedungenen Meuchelmörder.« Sie schauderte. Gerade der Dolch war ja ein italienischer. »O Geliebte«, flüsterte sie, »ich kann nicht anders. Ich muß an einen bestimmten denken, von dessen Rache du dich sehr in Acht zu nehmen hast.« »Wer sollte dies sein?« »Mein Bruder.« Er fühlte sich betroffen, also hatte auch sie bereits Verdacht geschöpft. Darum also die Aufmerksamkeit, welche sie seiner Bewaffnung gewidmet hatte. Sie war sehr unruhig, er fühlte dies an dem leichten Beben ihrer Gestalt. Darum antwortete er, »Dein Bruder?« »Oh, er ist ein Brahmabas, im Herzen aber feig. Er tut mir nichts.« »Feig? Nein, feig ist er nie gewesen, und er ist zu jeder Tat fähig, die er einmal beschlossen hat.« »Es ist gar traurig, den eigenen Bruder so schildern zu müssen, aber ich muß es zu deiner Sicherheit tun.« »Er mag kein Meuchelmörder sein, aber ich traue es ihm zu, hohe Arbeiter zu dingen und auf dich zu hetzen, um dich zu insultieren.« »An diesem Falle werde ich mich zu wehren wissen, mein Kind, habe also keine Sorge, schlafe im Gegenteil recht gut und träume ein wenig von mir.« Er nahm, wie er meinte, für heute von ihr Abschied und verließ das Haus. Draußen war es dunkel, aber der Schein der Sterne erlaubte doch, in einer nicht zu weiten Entfernung die Umrisse größerer Gegenstände zu erblicken. Er zog den Mantel fest an, damit ihm dieser bei einer etwaigen Verteidigung nicht hinderlich sei, und holte die Pistole aus der Tasche, deren Hahn er spannte, um schußbereit zu sein. Dann schritt er weiter, seine Schritte möglichst dämpfend, um zu hören, ob ein Verfolger hinter ihm sei. Am liebsten wäre er mitten auf der Straße gegangen, aber damit hätte er dem Feinde verraten, dass er vorbereitet sei. Ging er auf dem Trottoir, so boten ihm die Häuser im Falle eines Kampfes von der einen Seite Deckung. Auf diese Weise passierte er die Straße, ohne belästigt zu werden. Er machte ganz denselben Umweg zurück, den er herwärts gegangen war. So hatte er die zweite Straße erreicht. Er befand sich bereits in der zweiten Hälfte derselben, als er sich, obgleich er weder etwas gehört noch gesehen hatte, aus einfacher Vorsicht umwendete. Da war es ihm, als ob er eine dunkle Gestalt bemerke, welche, in einer Entfernung von vielleicht fünfzehn Schritten, ebenso wie er stehen blieb, um ihre Anwesenheit nicht zu verraten. Er ist es, dachte Königsau, warte, Halunke, dich werde ich zu täuschen wissen. Königsau schritt langsam weiter, rückwärts, ohne sich umzudrehen, und behielt die Gestalt fest im Auge, von der er deutlich bemerkte, dass sie ihm mit unhörbaren Schritten folgte. Margot war, sobald der Geliebte gegangen war, in die Loge des Portiers getreten und hatte dort schnell den Paletot angezogen und den Hut aufgesetzt. »Aber, Mademoiselle, wohin wollen Sie noch so spät?«, fragte dieser verwundet. »Nicht weit, nur um die Ecke«, antwortete sie. »Aber allein und in den jetzigen Kriegszeiten?« »Erlauben Sie, dass ich Sie begleite.« »Ich danke Ihnen. Ich muß allein gehen. Ich will etwas beobachten.« »Ah, ich verstehe«, meinte der Portier pfiffig. »Sie wollen sehen, wohin der Herr gehen wird, welcher Sie soeben verlassen hat?« »Sie irren«, sagte sie in verweisendem Tone. »Es wird wohl keine anständige Dame einem Herrn nachlaufen, um zu spionieren. Lassen Sie mich so hinaus, daß die Tür kein Geräusch macht. Man darf weder hören noch sehen, daß ich auf die Straße trete.« Er gehorchte ihr. Als sie sich draußen befand, blieb sie zunächst stehen, um zu lauschen. Königsau war erst kaum zwanzig Schritte entfernt. Auch er war ja einige Augenblicke stehen geblieben, um seinen Mantel festzuziehen und die Pistole hervorzunehmen. Ihr Auge durchforschte die Straße. Es war, als ob die Sorge ihrem Blicke doppelte Schärfe verleihe. Gerade gegenüber löste sich eine dunkle Gestalt vom Torwege ab, huschte mit völlig unhörbaren Schritten über die Straße herüber und schlicht dem Geliebten nach. Das war kein anderer als der Kapitän, ihr Bruder. Das Herz zog sich ihr zusammen. Ob vor Angst um Königsau oder vor Scham darüber, den Bruder als Meuchelmörder erkennen zu müssen, sie konnte es sich wohl selbst nicht sagen. Sie hatte aus Vorsorge keine Stiefel angezogen. Sie trug dieselben Hausschuhe, welche sie in der Wohnung zu tragen pflegte. Diese waren weich, und darum konnten auch ihre Schritte nicht gehört werden. So folgte sie den beiden durch die Straße und in die Nebenstraße hinein. Dort hörte sie, daß der Geliebte, den sie wohl hören, aber nicht sehen konnte, stehen blieb, denn seine Schritte waren verheilt. Hat er etwas bemerkt? fragte sie sich. Jetzt wird er vorsichtig sein. Einige Sekunden später vernahm sie die Schritte wieder. Sie hatten einen sehr eigentümlichen Klang, den sie sich im ersten Augenblicke nicht enträtseln konnte. Bald aber dachte sie, ah, er ist listig. Er tritt erst mit der Sohle und dann mit den Absätzen auf. Er geht rückwärts, um seinen Mann im Auge zu behalten. Jetzt bin ich fast beruhigt. Sie huschte weiter und erblickte den heimlichen Verfolger wieder, der alle seine Aufmerksamkeit so ausschließlich auf den Leutnant richtete, daß er gar nicht bemerkte, daß er eine Person hinter sich habe, die ihn ebenso scharf beobachtete wie er jenen. Margot hatte sich nicht getäuscht. Es war ihr Bruder. Dieser hatte das Café bereits vor Mitternacht verlassen und sich dann an das Tor des gegenüberliegenden Hauses auf die Lauer gestellt. Er sah die Schatten der Personen, welche sich droben in der Wohnung seiner Mutter bewegten, sich an den Gardinen abzeichneten und dachte mit Grimm daran, daß sein Todfeind jetzt die Liebkosungen der Schwester empfange, deren Verheiratung mit dem Baron der Rejag ihn, den tief Verschuldeten, von allen seinen quälenden und drückenden Sorgen erlösen konnte. »Es ist das letzte Mal, daß du bei ihr bist«, murmelte er. »Dieser Dolch soll dafür sorgen, daß du verschwindest und uns die Bahn wieder freimachen mußt.« Er zog den Dolch aus der Tasche und setzte die Spitze desselben prüfend an den Fingern. »Er ist spitz wie eine Nadel.« In der Wunde umgedreht und dann abgebrochen, bringt er den unvermeidlichen Tod. »Hätte ich den Schurken doch bereits vor mir stehen.« Aber er mußte sich gedulden, bis ihm die Schatten sagten, daß Königsau jetzt aufbrechen werde. Nach einiger Zeit sah er ihn drüben aus dem Tore treten, welches sich hinter ihm schloss. »Es wird sich dir nicht wieder öffnen, aber die Pforte der Hölle möge dir offen stehen.« Er hätte diese Worte am liebsten laut ausgerufen, um seinem erkrimmten Herzen Luft zu machen, aber er mußte schweigen, um sich nicht zu verraten. Wäre es Tag gewesen, so hätte man seine Augen blutgärig funkeln und seine Lippen zu jenem häßlichen Fletschen öffnen sehen, welches ihm im Falle des Zornes so eigentümlich war. Er legte die Hand fester um den Griff des Dolches und wollte bereits seinem Opfer folgen, aber bereits nach dem ersten Schritte blieb er überlegend wieder halten. »Alle Teufel«, brummte er, »meine Stiefelsohlen knirschen, dies würde mich unfehlbar verraten, daß ich auch nicht daran gedacht habe. Ich muß die Stiefel ausziehen, aber sie mit mir tragen? Sie werden mich hindern. Soll ich sie hier im Torwege stehen lassen? Es ist ja finster hier aber. Nein, es könnte jemand aus- und eingehen wollen und sie finden, und dies könnte mich verraten. Bei solchen Gelegenheiten muß man vorsichtig sein. Ich werde sie doch mit mir nehmen. Trage ich sie in der linken Hand, so hat die rechte genug Kraft und Spielraum, einen guten Stoß auszuführen.« Er zog die Stiefel rasch aus, nahm sie in die linke und huschte über die Straße hinüber, um dem Leutnant zu folgen, von welchem er sich in solcher Entfernung hielt, daß er die Gestalt desselben trotz der Dunkelheit gerade noch zu erblicken vermochte. In der Straße, welche er selbst bewohnte, wollte er den Überfall nicht ausführen, um allen Möglichkeiten im Voraus vorzubeugen. »Ich werde ihn gerade in das Herz treffen«, sagte er sich. »Er wird niederstürzen, ohne einen Laut auszustoßen, dann beraube ich ihn, wenn ihm, sobald er gefunden wird, die Börse fehlt, samt der Uhr und den Ringen, so wird man einen Raubmord annehmen und nicht denken, daß ein Akt der Rache vorliegt.« So hatte er die Hälfte der nächsten Straße passiert, als er bemerkte, daß Königsau stehen blieb. Sofort hielt auch er seine Schritte ein. Die Gier, mit welcher er an seine dunkle Tat dachte, ließ es gar nicht zu, den veränderten Ton von des Leutnants Schritten zu bemerken, der doch mal Gott sogleich aufgefallen war. Er folgte ihm weiter und konnte dies scheinbar sicher, da zur damaligen Zeit die Straßenbeleuchtung in Paris sehr im Argen lag. Es brannte keine einzige Laterne. Da, als die Straße bereits zu Ende war, schien es ihm an der Zeit zu sein. Er eilte rascher vorwärts, bis er den Leutnant so weit erreicht hatte, daß die Entfernung zwischen ihm höchstens noch vier Schritte betrug. Jetzt erhob er scharf den Blick, um den Stoß mit Sicherheit von hinten führen zu können, wäre aber fast erschrocken zurückgeprallt, denn er bemerkte, daß Königsau rückwärts gegangen war und nun das Gesicht ihm zugewendet stehen blieb, um ihn zu empfangen. »Wer da, was wollen Sie?«, fragte der Leutnant mit lauter Stimme. Die Bestürzung des Kapitäns hatte nur einen Augenblick gedauert. Jetzt galt es trotzdem, der Feind vorbereitet war, das Werk zu vollbringen. Er hielt den Letzteren für unbewaffnet und im Nachteile bei einem etwaigen Ring und ebenso glaubte er, nicht erkannt zu werden, da es ja dunkel war. Übrigens, was lag daran? Wenn er ihn auch erkannte, ein Toter konnte keinen Namen ausplaudern. »Dech, du Hund!« Indem er diese Worte mit verstellter Stimme als Antwort rief, warf er sich mit erhobenem Dolche auf Königsau. Der Stoß fuhr hernieder, aber zum Schrecken des Angreifers gab es einen lauten, metallenen Ton und fand einen festen Widerstand. Der Dolch glitt ab und fuhr in den Arm des Leutnants. Dieser hielt mit der Linken den Angreifer beim Arme und rief, »Töten will ich dich nicht, aber sehen will ich, wer du bist.« Er drückte hart vor dem Gesicht des Meuchlers seine Pistole ab. Der Schuss blitzte auf und erleuchtete für einen Augenblick das Gesicht desselben hell. »Ah, Kapitän, ich dachte, dass Sie es seien. Fliehen Sie, sonst erhalten Sie meine zweite Kugel.« Mit diesen Worten schleuderte er den von der Pistolenflamme halb geblendeten weit von sich und schickte sich an, seinen Weg weiter fortzusetzen, als er sich von zwei Armen fest umschlossen fühlte. Bereits glaubte er, sich eines neuen Feindes erwehren zu müssen. Da aber hörte er in ängstlichem Tone die Worte. »Hugo, um Gottes Willen, hat er dich getroffen?« »Ah, Malgott«, antwortete er überrascht, »wie kommst du hierher? Was tust du da auf der Straße?« Sie schmiegte sich fest und innig an ihn und antwortete, »ich sah, dass er dir nachschlich und hatte so große Angst. Ich musste euch folgen.« »Du saßt es?« »So bist du aus dem Hause getreten, als ich fortging?« Ja, er stand unter dem Tore gegenüber. »Du liebes, liebes, du heldenhaftes Mädchen!« rief er, sie noch fester an sich drückend. »Was für ein herrliches Weib wirst du mir sein! Aber weißt du, wer es war?« »Ja«, hauchte sie, »nun, der Kapitän.« Sie sagte nicht der Bruder, sie schämte sich, diese Worte auszusprechen. Die Sorge um den Geliebten war aber noch nicht beruhigt. Sie fragte zum zweiten Male dringend, »Hat er dich getroffen?« »Nein, wie ich glaube, aber hier stoße ich an etwas. Was ist es?« Er bückte sich nieder und fand die Stiefel, welche dem Kapitän entfallen waren, als er von dem Leutnant fortgeschleudert worden war. »Ah, seine Stiefel!« lachte dieser. »Das ist spaßhaft. Man wird sie ihm wieder schicken müssen. Aber komm, Kind, die Leute sind durch meinen Schuß aufmerksam gemacht worden. Man öffnet bereits die Fenster und die Türen. Wir wollen gehen.« Er nahm ihren Arm in den Seinen, um sie zu führen. »Da aber«, sagte sie, »du willst wieder zu mir umkehren, Hugo? Ja, ich darf dich doch unmöglich allein nach Hause gehen lassen.« »Oh doch, du darfst nicht mitkommen, denn er wird dich erwarten und abermals anfallen.« »Glaube das nicht«, antwortete er im Tone der Überzeugung, »er ist davon gelaufen wie ein Hase, und wenn er es ja wagte, mich abermals anzugreifen, so würde ich ihn niederschießen, obgleich er dein Bruder ist. Komm, Geliebte, damit wir von den Leuten nicht gar noch belästigt werden. Ich müßte den Vorfall erzählen und mag doch nicht als Ankläger auftreten, da es sich um einen Menschen handelt, der dein Verwandter ist, obgleich er es nicht wert ist, es zu sein.« »Du Guter, du willst ihm vergeben?«, fragte sie, indem sie zurückkehrten. »Ja, aber ich werde ein Wort mit ihm sprechen.« »Tue es nicht, vermeide ihn. Er könnte dir abermals gefährlich werden.« »Ich werde dafür sorgen, daß dies nicht geschehen kann.« Da auf den Schuss kein weiterer Lärm erfolgte, so machten die Bewohner der Straße ihre Fenster wieder zu. Es kam ja jetzt sehr häufig vor, daß geschossen wurde, und sie dachten, daß sich irgendein müßiger Mensch den Spaß gemacht habe, die Ruhe der Schlafenden zu stören, indem er sich die Mühe gab, ein wenig Pulver zu verblitzen. Königsau hatte den rechten Arm um die Schultern der Geliebten gelegt und ihren linken Arm um seine Taille gezogen. So schritten sie nebeneinander wortlos hin, beide nur sich den Gefühlen hingebend, welche die überwundene Gefahr in ihnen hervorgebracht hatte. Da fühlte Margot etwas Warmes und Nasses an ihrem Halse. Sie blieb erschrocken stehen. »Mein Gott, was ist das?«, fragte sie. »Zeige deinen Arm her, mein Hugo.« Er tat ihr den Willen. Sie untersuchte den Arm und sagte dann erschrocken, »Gott, du bist verwundet. Hier im Oberarme quillt aus einer Wunde Blut.« Er hatte den Stich, welchen er erhalten hatte, bisher gar nicht gefühlt. Jetzt aber kam ihm die Empfindung, daß er verletzt worden sei. »Ist's möglich?«, fragte er. »Ich habe es gar nicht bemerkt.« »Du komm, komm, komm schnell nach Hause, damit wir die Wunde untersuchen,« sagte sie voller Angst. »Gütiger Himmel, es wird doch nicht gefährlich sein.« »Auf keinen Fall,« beruhigte er sie. »Die Klinge des Dolches ist von dem Panzer abgeglitten und hat mir den Arm ein wenig gestreift. Weiter ist es nichts.« »Wie gut, daß du den Panzer trugst. Er hätte dich sonst getötet.« Sie zog ihn mit sich fort, erfüllt von jener Angst, welche durch die Besorgnis der Liebe verdoppelt wird. Dieser Besorgnis verdoppelte ihre Schritte so, daß er ihr kaum zu folgen vermochte. So erreichten sie bald das Haus, in welchem sie wohnte. Dort gab sie dem Portier das Zeichen zu öffnen. Anstatt in seinem Zimmer an der Schnur zu ziehen, kam er persönlich. Dies benutzte sie, ihn zu fragen, »ist, seit ich fort bin, jemand eingetreten?« »Ja,« antwortete er zögernd. »Wer war es?« »Oh, Mademoiselle, ich soll es nicht sagen.« »Wer hat es Ihnen verboten?« »Er selbst.« »Mein Bruder?« »Ah, Sie wissen es also bereits. Nun, so bin ich also.« »Also nicht indiskret, wenn ich es zugebe, daß er es gewesen ist.« »Also doch, so ist er jetzt zu Hause?« »Nein, der Herr Kapitän schien sehr große Eile zu haben.« »So ist er wieder fort?« »Ja, als er kam, dachte ich, Sie wären es. Sie wissen, daß ich Sie gern persönlich bediene. Darum ging ich heraus aus meiner Loge. Ich erkannte den Herrn Kapitän.« »Was sagte er?« »Er gab mir fünf Francs und gebot mir, keinem Menschen zu sagen, daß er hier gewesen sei. Es mußte ihm ein kleines eigentümliches Abenteuer passiert sein.« »Inwiefern?« »Nun, ich bemerkte zu meinem größten Erstaunen, daß er, daß, daß...« »Nun, was? Bitte sprechen Sie doch.« »Ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, Mademoiselle. Er hat es mir streng verboten.« »Ich glaube doch, daß Sie mit mir, die ich seine Schwester bin, eine Ausnahme machen dürfen.« »Ich glaube, daß allerdings selbst auch. Ich sah nämlich beim Scheine meines Lichtes, daß er keine Stiefel anhatte. Er kam in Strümpfen. Ich traute meinen Augen nicht, aber als er dann den Flur passierte und die Treppe emporstieg, bemerkte ich, daß ich mich doch nicht geirrt hatte. Der Herr Kapitän muß also ein kleines Abenteuer erlebt haben.« »Möglich, hat er sich lange in seiner Wohnung aufgehalten?« »Nein, sondern nur eine Minute, gerade so lange, als man bedarf, um Stiefel anzuziehen.« »Und dann?« »Nun, dann kam er herab. Er trug jetzt Fußbekleidung, nickte mir zu, denn ich war noch nicht in meine Loge getreten und verließ das Haus in größter Eile.« »In welcher Richtung? Rechts? Ich habe sehr genau darauf aufgemerkt, denn die Sache kam mir doch ein wenig ungewöhnlich vor, so daß ich unwillkürlich horchte, wohin er ging. Ich hörte, daß er sich nach rechts wendete, obgleich er sich Mühe gab, leise aufzutreten. »Ich danke und bitte Sie allerdings, das kleine Vorkommnis nicht zu erwähnen.« »O Mademoiselle, Sie kennen ja meine Ergebenheit,« versicherte der brave Mann. »Wenn Sie es nicht gewesen wären, seine Schwester, so hätte ich gar nichts erwähnt. »Ein Portier muss verschwiegen sein, Sie dürfen sich gewiss auf mich verlassen.« »Das hoffe ich,« sagte jetzt Königsau. »Hier haben Sie noch eine Kleinigkeit?« Er griff in die Tasche und gab dem Portier ein Goldstück. Als dieser das schimmernde Metall funkeln sah, machte er eine tiefe Verbeugung und sagte, »Sie sind außerordentlich gütig, Monsieur.« »Eine solche Noblesse ist hier in diesem Hause selten. Sie können ganz und gar auf mich rechnen, meine Herrschaften.« Er bekomplimentierte sie mit ausgesuchter Höflichkeit nach der Treppe. Er war im Stillen sehr überzeugt, daß diese beiden jungen Leute auch ein kleines Abenteuer erlebt hatten. Der deutsche Offizier hatte ja erst vor kurzem das Haus verlassen und Mademoiselle Margot war ihm heimlich gefolgt. Als diese beiden jetzt eben verschwunden waren, kehrte er in seine Loge zurück und betrachtete sich jetzt das Goldstück genau.